Heyho und herzlich willkommen hier zurück in Berlin und das unfassbarste ist geschehen. Ich habe keine Millionen mehr auf dem Konto. Oh, das ist hochschlimm. Wieder dabei natürlich, wie ihr gehört habt, Giro. Ja, hallo. Und der Christian. Hi. 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 Bonjour. Bonjour Bonbon. Bonjour Bonbon. So. Nein, ich verliere wieder Kohle. Finde ich nicht nett. Dann muss ich noch ein bisschen Steuern anheben. Yay, wieder Millionär. Pass auf die faulen Eier auf. Stimmt, Scheiße. Das Schlimmste ist, das sind sogar faule Eier, die gekauft wurden in meiner Stadt. Ja. Wobei, bei mir gibt es ja keine faulen Eier, die müssen aus Köln stammen. Das kann gut sein. Ich dachte, du fängst jetzt an so, nee, hier gibt es keine faulen Eier und so und dann, das kann sein. Wenn du Köln beleidest, ist das vollkommen okay. Das war eigentlich... Obwohl, ich müsste eigentlich aufpassen mit Köln, ne? Ich bin ja demnächst da. Ja. Also, liebe Zuschauer. Wie gut, dass niemand weiß, wann ich da bin. Gamescom, Hust. Pizze, Hust. Hust, du hast es in vielen Videos schon erwähnt, Hust. Stimmt, Hust. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie die Genehmigung für verbesserte Kohlwerk haben. Echt aufregend. Von einem Montageservice. Skully Montageservice. Geschlossen. Hier werden Mitarbeiter gesucht. Mhm. Lüft. Na dann. Kannst nicht mal ein paar Mitarbeiter rüberschicken. Nö. Geht leider nicht. Ich meine mal so 12 von deinen 13 Leuten da. Es sind mittlerweile mehr. Okay, 14, wenn man Bob mitzählt. Wir wollen keine hohen Steuern. Ja, dann sorgt mal dafür, dass ich mehr Einnahmen habe statt Ausgaben. Dann habt ihr auch nicht so eine hohen Steuern. Dann machen wir hier einmal dicht. Was ist sonst noch gebaut? Eigentlich nichts großartiges. Zentrum zu Patienten und Dings. Äh, nö. Sonst ist eigentlich nichts weiter. Gut. Dann gehen wir zum Krankenhaus. Zum Haus der Krankenleute. Nee, das ist die Notfallklinik. Wellness Zentrum. Kann erst mal weg. Patientenflügel brauche ich auch erst mal nicht. Diagnose okay, aber sonst bleibt es so. Ich meine mal mit 4050 Kosten reicht das ja wohl. Ne? Wollen es ja nicht gleich übertreiben. Achso, ein paar Krankenwagen können ich dann dementsprechend auch nochmal ausstellen. Dann sind wir bei 3250. Das ist schon mal wieder okay. Sorgten sie dafür, dass zwei Frachtschiffe zwei Fahrten absolvieren. Yay. Und ich kriege wieder mehr Kohle. Oder auch nicht. Ich habe eine Aufgabe abgeschlossen, kriege aber keine Kohle. Die mögen mich einfach nicht. Also, die Kohle. Ich würde mir ja mal Gedanken machen. So. Der ist aus. Der ist aus. Der ist aus. Das 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 ist an. Aus. 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 Stimmt, ich habe ein Heli ja noch. Wie viel kostet mich der Heli denn? Kostet mich ja auch ordentlich. Sollte ich den Heli vielleicht auch mal erstmal ausmachen? Sollte ich den Heli. Sollte ich? So, melapour. die verbrennung erst mal weg so das komische recycling zentrum wie sieht es hier aus wertstoff da kann der aus der kann aus und dann kann das so weitermachen langsam kriege ich wieder kohle rein oder so wie sieht es mit abwasser aus das brauche ich auf jeden fall an wasser technisch wo es denn meine wasser technischer kram hier und da unten das ding kann ich doch eigentlich weg brauche ich freue gerade sehr abenteuerlich ok filterpumpe filterpumpe stopp die filterpumpe weg so hin dann passt da noch eine filterpumpe hin dann passt da noch eine filterpumpe hin wenn ich das jetzt richtig sehe müsste das funktio noch gelten ja strom hm 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 Bye-bye, Windkraftwerk. Ich glaube, ich muss mir von Köln mal wieder Geld zuschicken lassen. Immer diese Almosen hier. Oh, 309.000 bereinigtes Einkommen im letzten Monat durch Rohöl. Es steigert sich. So. Habe ich hier jetzt wenigstens noch ein bisschen Platz für Mitarbeiter. Eventuell. Eventuelle Mitarbeiter. Die Steigung von der Brücke, Alter. Boah, ich brech weg, ist doch geil. Was steht denn da? Bürgermeister, wir brauchen unbedingt mehr Busse. Himmel noch eins. Wir kommen uns schon so vor wie in einer Sardine in der Öldose. Okay. Passiert halt. Busse. Was haben denn meine Busse hier? Das Problem ist, meine ganzen Busse sind schon... Also meine Busstation hier ist schon voll ausgebaut und alle Busse sind im Einsatz. Das ist in der Tat ein Problem. Was stören wir hier nochmal alles? Habe ich eigentlich einen Busbahnhof? Irgendwo? Nee, ne? Nicht, nicht wirklich. Könnte ich doch hier oben eigentlich einen Busbahnhof irgendwo hinbauen. Da so zum Beispiel. So. Zack. So. mal gucken ob der verkehr jetzt hier explodiert nein das hauptgebäude soll nicht geschlossen meine herren so also 25 minuten wartezeit ist noch so im rahmen kann man mal machen ja bis 45 oder so also mich nervt ist ja schon wenn ich zehn minuten auf die bahn warten muss ist ja auch ein stadtverkehrsbus hier weiß man doch entweder verspätung oder lang gewartet sein in hannover geht das eigentlich ich finde es immer witzig hier oben in lübeck weil da ist es immer so entweder du erwischst den bus oder der hat verspätung oder der fällt ganz aus ja du denkst dir so geil zwei minuten kommt der bus und dann zehn minuten später immer noch kein bus da ich glaube das längste was ich hier in lübeck mal auf dem bus warten musste aber weil keine andere möglichkeit war da weg zu kommen war eine stunde aber das war auch weil die bus halte nächste bus halte stelle werden sehr weit weg gewesen und es war hochwinter sprich schön glatt eis super so ich brauche mir erst mal so ein adlaufen aufs dach der bürgermeister will ja auch das mal ding 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 apropos bürgermeister ich könnte ja mal mein rathaus bauen wo könnte das denn hin alles klar hier kommt genug wasser aus der leitung dort freut mir je größer das geschäft umso größer der profit herkunft bürgermeisterhaus frieda grundmann da hast du richtig geraten frieda grundmann frieda grundmann haben wir da jemand in die stadt rein gefahren ist und wieder raus hat unterricht erhalten läuft zur schule hat unterricht erhalten läuft zur schule ok ja eischig sehr bildungswillig die leute 895 von 1000 sims die in der uni unterrichtet wurden am heutigen tage wenn das so weiter geht habe ich bald ein upgrade für die uni und ich hoffe es geht so weiter ach ja ich habe meine feuerwehr abgerissen warte ich habe ich bin schon wieder ein bürgermeister will upgrade man ich werde ja aber richtig sympathisch hier so was bauen wir denn hier kreisförmiger springbrunnen wenn sie lange noch ins wasser starren sehen sie die zukunft nein war nur spaß sie sehen dort nichts als wasser steht beim grillplatz ein guter bürgermeister lässt nichts anbrennen für ein saftiges steak ist immer zeit und die stadtflagge wenn sie sich ihre stadtflagge anschauen müssen sie einfach stolz sein schließlich wissen sie wie schwer es war diesen ort zu errichten aber hallo die stadtflagge kommt da jetzt hin also schwer würde ich das jetzt nicht nennen ja und ich würde sagen ich mache jetzt auf pause denn wir sind immer wieder bei 20 minuten denn die sieht das auch so wenn sie das auch so vor grad sagen und ich glaube denke wir haben die gerastet wieder aus du kannst auch normal heu essen du musst da nicht drin rumgraben ja und dann würde ich sagen was das von simcity community von meiner seite aus und ich schätze mal auch von der seite aus shiriros hase da daddy er ist so süß aber er macht so einen krach perfekte voraussetzung für videoaufnahmen ne ja ja stimmt also das ist auch teilweise ein bisschen blöd ja naja tschüss tschau ja ja levas tschüss tschüss